Was ist denn ein Überraschungspaket? Ja, muss ich zu ihm gucken. NeonCat! Brauch den Link vom Stream! Ja, gib einfach Twitch.tv //user//rbuckelp Oh! Oh! Okay. Loool, der war's nicht immer. Was für mich warst du? Du standest da mindestens 10 Sekunden lang Störung. Weiter. Der Typ mit dem Fernseher näher hat. Also wer den hätte schon eben. Der hat den Fernseher. Der hat den Fernseher. Der hat den Fernseher. Ja, aber bist du Traitor? Nein, warum? Weil du gerade jemanden erschossen hast. Ja, der ist dann 10 Sekunden lang still! Gerade eben auch. Ja, weil ich geguckt habe, wer den Sound hat. Der Giga-Chip. Oh. Der hinten noch. Oh ja, Nigan Cat. Da kommt Nigan Cat Musik, gell? Oh, du weißt du... Scheiß, es wird auf YouTube gesperrt. Ach egal. Der da 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 da. Leute. Okay. Wirklich? Auf die Böde sind jetzt noch ein bisschen. Mich kriegt niemand! Leute, wir sind zu acht. Du hast acht. Wir sind jetzt alle acht, Leute. Das wäre schwierig. Hey, wer ist ein Nuuuuk hier? Der ist hier auf dem Tisch. Ja, ich stand da gerade eben so auf Paro und hab gedacht, schießen wir den halt mal kurz ab. Achso. Ich bin hier. Ich bin direkt gespawnt und runtergeflogen. Ja, das warten wir eben mit der Lava. Ich bin schwanger. Da ist nun mal jemand gestorben. Hab ich nur einen Ero hier oder? Warum gehen wir? Ich weiß nicht, ob er reden kann oder? Die liegen eigentlich alle runter. Ja, ich bin Dieter. Wer ist, wer ist Detektiv? Der Dieter ist tot. Ich bin hier. Ich bin hier. Warum ist der Zuck? Du warn das. Äh, was ist das? Wie ist das? Sie, warum? Warum? Oh, Sack. Ah, Freude. Oh. Zwei Leute sind auf jeden Fall schon tot. Das weiß ich, weil die beide runtergesprungen sind. Ey, auf mich bin ich gesnipert. Ich denke mal, es war ein Traitor-Sniper. Ja, ich hab schon jemanden gekillt. Achso, okay, dann war er das. War ein Traitor, ja, wer hätte gedacht. Ah, nee, komm mal Skype. Das war ich. Ja. Also, ich bin Inno. Jetzt? Ja. Das sind nicht alle Innos. Ja. Ja, ja, also, so war's jetzt. Ja, mal gucken. Ja, mal gucken. Ich hab's keine Ahnung. Warte kurz, bei mir ist einer schon leise. Ja, mal gucken. Ups, da bricht ihn. Ja, ich hab's nicht genug. Ähm, da oben ist eine Leiche. Bei den großen Touren. Geh die mal identifizieren, die Leiche. Ja, okay, mach ich schon. Ja, okay. Äh, geht. Ach, Mist, falsch. Und Juli, die hast du noch? Ach, ja stimmt. Der wurde ja getötet. Ähm. 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 Äh, nee, ich kann, ich kann nicht hoch. Ich kann nicht hoch. Ips. Ah, Mann, ey. Wo, wo kamst du eigentlich her? Ich? Warte einmal später. Ja, du warst plötzlich hinbeblickt. Ich kam seitlich hoch. Alter, ohne Scheiß. Ich hab dich nicht gesehen. Ich bin wieder da. Ich stehe dich auf einfach... Ja, toll, Lisa. Leider zu spät. Du warst grad Trader. Wie gesagt, waren wir zwei Trader und ja. Läuft auf jeden, ne? Immer, weißt du, immer bin ich mit Lisa Trader, bin ich sehr afk. Läuft. Ah, ich bin runtergefallen, ich bin runtergefallen. Ja, der zweite liegt Trader aus. Trader. Also, hat wer gesagt? Genau. Okay, du duzen bist ne G-Hard Bombe, okay? Und ich belebe dich wieder. wenn ich sterbe ist das ließe die leiden hier in dem spiel die wagen ab und schweißen ist immer wieder eine herausforderung wenn ich sterbe ist das ließe ach man kann bei den beiden jahre irgendwo die kräfte was machst du da nichts nichts ich bin tot Ich bin runtergeflogen. Lisa ist so verdächtig. Ist so, ne? Ich kann dir einfach ein Hattie verpassen, wenn ich will. Wen? Auf die Aue. Einfach so BANG! So BANG! Hm... Leute, der kam nicht an. Lisa steht da immer noch. Ich bin über den Debt da. Ja sicher, der kommt nicht mal an! Auf dem Turm ist jemand. Ja, ich. PANG! PANG! In dem Doppelturm, in dem Doppelturm liegt Lisa. Gut. Ja. Geht mal einer identifizieren. Ja, ich bin hier oben, ich kann hier nicht mal runter. Ja, soll ich die wegschießen, oder? Äh... Ja, kannst du machen. Ich bin der Pilser hoch. Warte, oder? Ginges! Ja, ich hab's überlebt. Und so oben in dem Doppelturm liegt da. Ja, genau da da. Ja, genau. Äh, hier liegt jemand im Wasser. Geh mal nachgucken, bitte. Never Detective. Warte. Jawoll. Warte, jetzt leben ja nur noch ich, du und Do of T. Ja. Ja, dann töten wir ihn. Ich hab gerade eben Detective... ...befunden. Ja, weil du wahrscheinlich weggekillt hast. Nein, der wurde weggesnipert. Und ich hab zwar einen Sniper, aber ich hab ihn nicht weggesnipert. Töten wir ihn, oder? Ja, genau. Hm... Jo, Freide, dann glaub ich dir aber auch nicht. Okay, okay, siehst du mich? Du siehst mich. Ja. Okay, okay. Warum? Jo, ja, dann schon schon. Ernsthaft jetzt? Ja. Ohne Scheiß. Ja, komm, komm aus dem Schild da hinten vor, komm. Noch. Kannst du den Schild schießen? Ich bin hier, in dem Schild. Ja, es leben nur noch ich und du. Wirklich? Weiß ich nicht. Warte, Jo... Jojo ist runtergesprungen. Ähm... Gefallen. Runtergefallen. Lisa ist tot. Janis ist weg. Der Detektiv ist auch weg. Jo, Freide ist auch tot. Was ist mit Thomas? Ich lebe wirklich nur noch ihr zwei. LOL. Das hält schon. Ich hab dir doch auch ein Handy gegeben. Hä, wieso hast du eigentlich nicht denn das? Heifer genommen, deine Trader-Sniper. Ah, die hab ich schon verschossen. Ähm... Ach ja, das warst du auch. Das sehe ich nicht. Nee, Lisa. Ach ja, Lisa war... Hehehehe. Ich hab mir das einfach nur gewonnen, warum tut der Ding nicht einfach... Ne? Oh... Oh... Ich hab den Detektiv weggesnitiert und keiner hat's mitbekommen. Ja, ich denk so. Hm... Das warst doch bestimmt du! Hä? Ich spawn und tappe, hab jetzt nur noch ein halbes Leben. Geil. Wo? Und wenn ich... Fuck off, du Scheiße! Was möchtest du wieder? Tenner. Mein Turm. Mein Turm. Mein Turm. Du hast mir die Sniper geklaut. Ich hab einen 200... Ich hab einen Klick total... Okay... Oh, jetzt bin ich einfach. Okay... Darf ich hier drin bleiben? Ja, bleib da drin, aber töte mich nicht, danke. Ha ha ha. Ja, du bist Detektiv. Bist du weh, ne? Jaaa... Okay. Irgendwie Detektiv AWP. Hm? Irgendwie Detektiv AWP. Ja, nimm das. Wird grad angeschossen. Von? Weiß ich nicht, hab ich nicht gesehen. Jo, warum bleibst du stehen? Ich fackel mich ab. Warum bleibst du stehen? Was, 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 was? Wo bist du überhaupt? Ich bin auf dem Turm. Komm wieder raus. Lisa, was machst du hier drin? Lisa, 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 Lisa. Weil ich mich hier versteckt hab, weil ich gerade eingeschossen wurde. Und warum machst du die Tüter nicht zu? Wollt ihr was sagen? Hä? Lisa? Komm noch mal raus. Bin's nicht. Komm noch mal raus. Jojo. Hm, Mann. Habt du Angst, dass du mir ein Handy verpassen willst? Nein, möchte ich nicht. LOL. Alter, was will ich mit nem Shotgun? Hey, du bist doch Detective. Achso, du hast dein Ding schon ausgegeben. Ich ist angewass nicht, aber... Ja, warte, warte, du hast doch die AWP-Sniper. Hallo. Ja. Kannst du mir die normale geben, bitte? Danke. Danke. Glaubt, da jemand ist gerade eben jemand unten gestorben. Wo? Ne, unten irgendwo. Warte mal, ich darf mal... Scheiße, ich hab kein... Warte mal. Weißt du, wieviel Tod sind? Ja. Jani mag in dem Doppelhaus. Rechts. Ja. Ne, halt. Jofreide. Jofreide. Ich hatte aber einen gewusst, ich hätte ihn zu schießen können. Hab ich echt geschossen, den einen wegzusnipern? Ich hab die ganzen rumgeschossen, damit irgendwer sagt, wer schießt da? Aber es hat keiner gesagt. Das sind alle Unfälle. Alter, der guckt eine Millisekunde zu mir. Ja, bei mir auch. What the fuck? Hier. Jofreide. Alter, der hat 36 Punkte, würde mich verarschen. Ich hab mir zu Glück gebildet. Wir waren ganz oben im Turm. Oh, ich will kurz. Ich? Detektiv. Hab ich ein bisschen mit Einschuss gekriegt, aber ich hab die Bilder noch. Ja, ein Kuss. Ich muss gehen. Ich liebe es Traitor zu sein. Ich weiß es manchmal. Es ist lustig. Ja. Oh. Dann kann man Leute umbringen. Ja ist so, ne? Weil da da darf muss, und als Innovation denkst du, ich weiß da nicht aus hab. Jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj Ich tu du dich mal hier hinkriegen, okay? Warte. Ja, ich bin Detective. Welche Stellung denn? Die Panda-Beer-Stellung? Keiner weiß, was ich meine Stellung bekomme. Hey, nicht töten! Okay, ich bin Detective. Wester, 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 Thomas. Oh, nee, Thomas, warum? Weil ich geil bin. Was, warum häng ich? Ich bin bei Giga. Ich hab neben den Fass hochgesprungen und du hast keinen einzigen Scham bekommen. Oh. Ja, aber das... Das ist logisch, ja. Oh, nee. Gerade, Oti. Oh, scheiße. Und? Warte, warte, warte. Warte, warte, Oti. Oti, warte kurz. Nein, auf die. Auf die. Ja, genau. Warte. Warte, Oti, komm nochmal kurz her. Komm her, komm her. Was denn? Na, fuck, was war das gerade? Der ist weg. Wer lebt jetzt noch? Der hier, der anspricht. Du lebst als Marschel. Ah! Alter, die Scheiße, Leute. Alter, was hast du mit der Klackleiter, ich bin nicht da runtergekommen. Alter, hast du alle erledigt oder was? Was? Einer hat sich, einer immer hat sich von anderen Indokritten. Dann bin ich einmal Deter und werde fast am Anfang gekillt. Warte, hab ich nur ein Minuten da anstatt? Warte. Ich hab gedacht, der Oti ist, äh, Traitor. Warum? Schau dir. Keine Ahnung, weil er Lisa getötet hat. Jodi, wir springen uns zusammen. Bitte was? Wir springen zusammen. Yeah. Ich bin schon tot. Bam. Jetzt bist du zweimal tot. Ich bin der. Oh Gott, hier war ich ja heute gar nicht. Oh, ich mach einen Nilenkate an. Mach das. Drei Runden noch, dann machen wir wieder eine kleine Livestream-Pause. Und das? Dann mal gucken, wer da ist. Was verlost du denn als schönes? Nein! Ich hätte nichts dagegen, wenn du noch einen Nilenkate anbauen kannst. Wäre ein Vorschlag. Was wäre ein Vorschlag? Minecraft-Bet-Boss. Auf Gondor. Wir haben Minecraft schon gespielt. Achso, ja, ich hab eben jetzt zugeschaltet. Ich muss sagen. Ja, du bist halt kein echter Fan. Und du auch nicht. Oh nein, er ist noch ein Team. Jemand ist im Turm. Der Oti ist im Turm im Doppel-Türm. Das ist Oti, Alter. Das ist Oti. Den hier oben muss ich jetzt leider wegschneiden. Sorry, Lisa. Äh, nach... Okay, hoch, hoch, ich steck das. Weiß nicht. Wie ist jemand im Doppel-Türm? Wie oft wurde gerade gesnipert? Der Oti. Lisa, ich muss dich jetzt... Lisa? Ey, ich... Spaß nicht. Ich will dich aber abschießen. Es macht gerade Spaß. Ich bin hier. Oh. Ich bin hier. Mir liegt eine Leiche. Mir liegt doch keine Leiche. Mir liegt doch keine Leiche. Wollen wir gerade mal einer helfen? Ich wollte gar nicht wieder wegkommen. Jojo. Hä? Ach nee. Lisa ist hier aus dem Turm, da hat jemand gekillt. Lisa ist hier aus dem Turm, da hat jemand gekillt. Lisa ist verdammte Scheiße, Lisa ist verdammte Scheiße. Lötet sie nochmal. Lisa ist verdammte Scheiße, Lisa ist. Lötet sie nochmal. Lötet sie los, ihr kleinen Lappen. Lötet sie. Ah, Fuck. Juli? Was? Juli, auf mich will gesnipert. Von wo? Also ich wurde nicht getroffen, aber auf mich wurde auf jeden Fall gesnipert. Bist du vollidiot, du wär grad echt ernsthaft runtergefallen. Außerdem hab ich einen Tee getötet, nämlich... Och Mann! Ey! Jo frei gemahnt! Alter, ohne Witz! Wiesa, du warst wirklich! Was ist denn? Nein, Lisa, war nicht! Ich wollte ihn töten! Ich wollte ihn erst mal verraten und dann würdest ich ihn töten. Weil ich... Habt ihr gesehen, mich runtergefallen, ne? Äh, Alter, da blinkt... Da blickt man ja nicht mehr durch! Äh, Thomas! Thomas, du bist vor mir! Alter, das geht gar nicht! Äh, du bist eine Mülltonne! Oh, ich hab mir einen Punkt, da ist so wie geil! Ich hab einen Punkt, da ist so wie geil! Nein! Das geht gar nicht! Ich bin ein geiler Schwertfisch! In deinem Manus! Oh ja! Geiler Schwertfisch! Oh, Lisa, Alter, das war meine Waffe! Oh, Scheiße! Ah, ey, Schade, Schade! Dieser zielt auch mich mit einer Waffe! Mal hinter dir! Cool! Warte, 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 ich will Freunde, warte, bleib da, warte, bleib da! Hier geht alle, wir hatten alle die Waffen! Geh du mal dahin, okay? Nein, hier lang, hier lang! Geh da! Judy! Geh da jetzt links! Du war einfach keine richtige Waffe! Okay, warte! Ich hab gedacht, wenn du mich abschießt, dann bist du Traitor! Lisa darf ich dich einmal in den Kuh schießen! Okay! Danke! Nein! Boah, Alter! Ich glaube, ich muss den Typen ja abschließen, da hat er Granate geworfen! Hm! Tut mir leid, Lisa, ich muss ihn abdrücken! Hoppala! Nein, ich brauche in der Granate! Oh mein Gott, Lisa, ich hab Lisa jetzt getötet! Du hast voll den Megafurz gelassen! Hey, Juli, soll ich dich mal, soll ich den Hesher verbossen? Alter, was? Juli hat auf mich geschossen, ohne Grund! Stimmt nicht, das stimmt! Nein! Ich hab Juli, ich hab Juli getroffen! Was? Oh ja! Das ist geil! Wer mich tutet, ist automatisch Traitor! Ich bin Detective! Wo bist du, Juli? Ich hab 12 HP! Hallo! Hallo! Lass mich in Ruhe! Hast du irgendwie so ne Lampe da drin oder was? Was? Ne Lampe? Hast du auch ne Lampe? Da war ne Bombe! Da war ne Bombe! War ne Bombe! Oh, jetzt ist auch praktisch! Tut mir leid, ja, ich will dich abschießen, aber ich, ich weiß, es ist falsch! Alter, ich kann jemand mit deinem Schlag killen, mit der Clover! Oh nein, auf Juli schießt auf mich, glaub ich! Ach, auf Juli schießt mich? Juli schießt auf mich! Oder der hinten im Turm! Hi, Juli! Hallo! Ah! Moin! Einfach schießt auf mich! Na, Juli! Ich wurde geschossen! Nein! Juli! Hallo! Ja, äh, äh, Dingels hat auf mich geschossen! Ja, Buck! Was? Also, Juli! Ja, Juli, du hast am Anfang auf mich geschossen! Ja, weil du, wie gesagt, ich verpasst jetzt nicht! Hey, Juli wurde geköntet! Was? Nein! Juli wurde geköntet, der war defektiv! Kill mich nicht mit der Clover! Oh, fuck it! Nein, Giga! Giga, kill, kill mich mit der Clover! Nur mich kann ich nicht trennen! Nein, nein, nein! Auf mich wurde geschossen! Auf mich wurde geschossen! Lass mich! Auf mich wurde! Juli! Nooo! Jufreide ist vor meinen Augen gestorben! Hey, wer... Ich war's aber nicht! Warte, Otti, Otti, komm nochmal zurück! Woom? Ach, deck mich doch am Arsch! Hey! Du darfst nichts mehr sagen! Hallo! Wusstet ihr schon? Ich bin tot! Oh, Mann! Warte! Ausgetackt! Warte, 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 warte! Danke! Ich hab dich grad gesehen, kannst du nochmal zurückkommen? Wer macht da so coole Geräusche? Ich! Ich bin zur Sorge! Och! Ich rück halt endlich ab! Du warst so schlecht! Aber du bist so schlecht! Mit welcher Sack habe ich getötet? Oh! Ich habe Angst aus 캐릭ate. Ich hab... Hä, von hinten! Juli, wieso hast du uns beide abgeschossen? Juli... Wieso hast du uns beide abgeschossen? Weiß ich nicht! Du hast... Also, ich wollte... Okay, ich wollte... Warte, nee, stopp, stopp! Ich wollte dich töten, weil du ihn mit der Crowball geschlagen hast. Und weil du so komisch gelacht hast. Und dann wurde er aber abgesnipert! Das war ich gar nicht! Das war ich? Ja, eben! Das war ich nicht! Ich war nur du! Schau mal deine Punkte an! Ja, du schmutzig, ja! Ey, es war so geil! Aber hey, du kannst doch grad von vorne, von dem Turm... Warte? Error! Anstatt! Was denn? Wo denn, Error? In dem Haus, da! Was für ein Haus, Junge! Ich muss mich total zurückhalten, mich aus... äh... ...bestürmen! Ja, ich bin der schon wieder! War so fast ein Headshot Juli gegeben! Achtung! Hier unten! Hier! Ich werfe jetzt da was hin! Geh! Thomas! Hey! Juli ist! Juli ist! Thomas! Juli! 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 Andi! Ja! 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 Okay, ich komm hin und... Hä? Ja! Ja! Wieso siehst du denn alle auf mich? Wollen wir noch spielen? Weiß ich noch nicht... Ja, die hat die... Die habe ich ja eben gesagt... Ach! Da ist ja noch einer! Wie viele denn auf mich?! Ja! Ich geh jetzt... ...nach dieser Runde auf, ne? Also... ...ich geh jetzt nach dieser Runde... ...nach dieser Runde... ...auf mit CS raus! Ja. Tschüss. Willst du ihn nicht identifizieren? Ja, gerade auf dem Weg dahin. Ja, nach der Runde hier, machen wir auch eine kleine Verlössung. Ja, das auch. Und eine, äh, Pause. Ich mag jetzt den Mund. Wo? Nein, am Turm. Wo, wo werde ich eigentlich schon wieder random gekillt? Fast schon. Ja, random kill. Wo warst du denn mit einer AWP? Ja. Ich hab drei Leute gekillt und einfach alle kommen zu mir.